Ah, oh, 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 oh. Ja, schnell, 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 schnell. Uh. Uh, genau. Jo, hallo Freunde und herzlich willkommen zu euch zu Minecraft Story Mode. Ja, ich bin wieder damit zurück. Ähm, wir haben da überhaupt nicht rausgefunden aus diesem Ding. Ähm, ich glaube auch jetzt zu wissen, wie es rausgehen kann. So schon mal nicht. Ich meine, ich weiß nicht. Vielleicht sogar. Ähm, ich weiß jetzt, dass ich da an einer Stelle einfach nur weitergehen hätte müssen und dann wäre es weitergegangen. Ja, solche Fehler macht man halt hin und wieder. Äh, jedenfalls. Ich glaube, dass das weiter vorne ist. Aber schauen wir mal. Oh, da, Wassereffekt. Cool. Jedenfalls. Da ist das sicher nicht. Kannst du wieder aufhören, Wassereffekt. Bin viel weiter weg. Bolivia. Ah. Oh. Oh. Nice. Vielleicht komme ich da vorne zurecht. Schauen wir mal. Wir haben ja gelernt, überall wo die Kamera nicht mitgeht, brauchst du das gar nicht probieren. Da ist es wahrscheinlich jetzt aus. Nein, da geht es sogar noch weiter. Ziemlich cool. Ich würde immer noch gerne wissen, da hinten ist nämlich was. Das ist genau da unten. Das da. Das habe ich letztens übersehen. Dorthin müssen wir aber. Ich glaube, da geht es da vorne herunter, weil da ist die Steinwand. Da ist zwar die Mauer aus, aber... Ja, da kommen wir jetzt runter. Perfekt. So, damit geht es auch weiter. Ja, ich weiß, ich habe halt etwas lang gebraucht. Nein, ich habe eine Zeit lang ja wirklich überhaupt nichts machen können. Liegt an der Matura und solchen Sachen oder Abitur, wie man in Deutschland sagt. Wir haben hier Matura oder Reifeprüfung, halt ganz einfach. Dafür ist halt doch einiges zu tun und man hat keinen Kopf für solche Sachen oder für irgendwas anderes. Ja, wirkt interessant. Hm. Schau mal an. Chasm. Chasm. Was ist das? Wurscht. Abgrund. Okay. Ich sehe keinen Weg über. Huss. Hm. Macht irgendwie Sinn. Warte mal, vielleicht sehen wir, da hinten war wer. Doch, niemand? Okay. Ich hätte festgegabt, da hinten wer gewesen. Okay. Ich habe sie gekostet. Hallo. Ich dachte, ich würde niemals finden Sie. All diese Dead Ends back da hinten. Ich bin froh, dass Sie sich sehen. Wir, auch. Ich dachte, Ruben und ich würde hier immer wieder verloren werden. Diese Maze? Wir haben keine Zeit für das. Ich weiß nicht, wo die anderen sind, bis jetzt ist. Ich meine, die Klocke ist hier, Jesse. Doch wir sind in ein paar Elaborate-Puzzle. Wir müssen auf Ivor's Lab. Einmal. Schade, dass es eine Gaping-Bottom-Less-Pit in der Weg ist. Was ist das? 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 Hm. Für mich schaut's aus als würde das einfach so wegkatapultieren. Das ist eigentlich logisch. Was ist das? Was ist das? Okay. Okay. Use. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich muss das Mikro ein bisschen in die Mitte geben. Entschuldigt. Entschuldigung für die Tonstärkung. So. Nice. Und wo muss ich's hin placen? Okay. Let's put the redstone block where it's supposed to go and place these pistons. Hmm. Oh. Holy cow! We did it! We need lint and steel to get it started. I'm proud of you, Olivia. Thanks, Jesse. And thanks for everything you said just before. It really helped. Not problemo. It must be this way. Run! Everybody get on! Quick. On to the barge. Nice. Bringel we the Maros mid. Auf. Uh. Schnell, Jessie! Schnell! Schnell, Schnell! Nein, nein, ich bin positiv! Soren, hast du Angst, zu fliegen? Was? Der Mann ist verrückt! Er ist verrückt! Ah! Ich glaube, ich könnte falsch sein. Ich mag dich besser, als du Amnesie hatte. Es geht schon. Es geht schon. Das war so spannend. Oh, so spannend. Ich glaube, dass du absurde und nicht notwendig bist. Mal schauen, was er da ist. So viele Bücher! Wir sollten uns bemerken. Der Ort könnte sich booby-trappern. Mal schauen, was er das Buch ist. Mal schauen. Eine kurze Geschichte von Kubismus. Krafting für Neubes. Revised. Ein Kollektor's Guide zu preisischen Gems. Keine von diesen sind einstiegende Bücher. Wie trainieren Sie Ihre Slime? Die verschiedenen Usagen von Mushrooms. Mushrooms. Warum? Ich wollte eigentlich nichts darauf antworten, weil es nicht passt hätte. Ich will mir nochmal entschuldigen. Das geht nicht mehr. Da kann ich noch schauen. Zombies und Pigs, ein intimes Memoir. Ich glaube, ich bin in der falschen Teil des Haus. Kann ich auch. So, hat der Sari noch was gefunden? Ich bin in der falschen Teil des Haus. Es gibt keine Rhyme, keine Reise, wie diese Bücher gestorben sind. Findet hier nichts, ist unmöglich. Tidäubig vielleicht. Unmöglich? Kein Weg. Okay, ich werde diese monotonische Suche fortsetzen. Aber ich schreibe mein Recht, es zu grünen. Es ist ein Problem. Ja, jetzt habe ich wieder nichts gesagt. Da hätte ich jetzt was sagen können. Aber ich habe mich nicht entscheiden können so schnell. Errgert mich. 20.000 Blöcke unter dem Meer. Ha! Ja! Ich bin in der Oberstunde. Da habe ich mich nicht tops Shot. Das Teufste. Das Eivor-Unteil. Ich glaube, dass er ein Symbol über die Potionen kennt. Ich war eine von diesen Stuck-The-Wither-Monsteren. Ich versuchze mich nicht, nicht? Warum nicht? Das ist das, was das ganze Ganze begonnen hat, eigentlich. Eine Potion. Dann vielleicht eine Potion kann es enden. Die Potionen einfach nicht stark genug. Ich verstehe. Eine Potion von blinden. Eine Potion von dullen. Eine Potion von nausea. None von diesen kann mir helfen. Jesse. Am I going to be alright, or is this just who I am now? Always struggling to remember what I was. What I'm supposed to be. Don't worry. We're going to find a way to fix you. You and Petra and everyone else the Witherstorm affected. But to do that, you'll need to destroy the command block, will you not? So that's exactly what we'll do. You never stop fighting. I admire that. I wonder what's in there. Oh. Wood planks. Those will be useful. Maybe, yeah. Umm. Makes sense that Ivor would have a crafting table. just a couple more pieces. I will just get up the command block. Okay. Hey Olivia. I think there's some redstone over here. Looks like a circuit. We probably just need a lever to power it. Too bad I don't have one. Yeah. No lever? No functioning circuit. Hmm, hmm, hier haben wir Sticks. Use, use. Erstmal, ich brauche Sticks. Okay, ich habe die Sticks. Boah, ist das so gegangen? Nein, so ist das definitiv nicht gegangen. Vielleicht so? Wie ist ein Dings gegangen? Oh Gott, ich lose hier voll ab. Das ist mir gerade selber peinlich, aber jetzt weiß ich, wie es krank gegangen ist. Nachdem wir da irgendwie so ein bissl... Ha, ha. Let's see what this sucker does. Wie immer sarkastischer. Ooh. Oh. 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 Oh, no. What the... Are you guys okay? We're fine, but the lever isn't working anymore. Stay there. We'll head down and see what we can find. Okay. Wow. Wow. Was ist jetzt los? Es tut nichts mehr. Ah. Okay. Ladebildschirm. Wow. 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 So... Gas tier. Look at. Hm. A sea lantern. Oooh. Very nice. Prismarine shard. und das hält sich da so einfach da gibt es offensichtlich nicht so why does ivor have the treasures of the order of the stone did he steal them no 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 we we let him keep them when we split up you let him keep your treasures frankly jesse it's a long story ich muss trotzdem noch mal mit ihm reden weil ich mich etwas anders so why does ivor have the treasures of the order of the stone did he steal them no 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 we let him keep them when we split up you let him keep your treasures frankly jesse it's a long story geht auch nicht weiter ich weiß nur nicht wie ich die nehmen ob ich die nehmen kann und darf und soll und was nicht was lockt jetzt müsste ich wissen ich weiß nicht was man mit einem prismarine chart macht oder mit packed ice ich bin ein bisschen überfordert diese neuen Sachen kenne ich alle noch nicht so das kann ich nehmen also woher ist dieses packte ice gekommen we brought it back from the ice plane spikes biome it was colder there than anywhere we'd ever been but Magnus slipped so many times our laughter kept us warm after that we knew we were ready to face the ender dragon jesse what are you doing uh taking this really cool rare item we might need it to unlock that door very well just be careful with it see see ah these are prismarine crystals you can only get these underwater right precisely we nearly ran out of oxygen getting these hehehe Eligard had to use a spare bucket just to grab a few extra breaths we use most of these to craft that sea lantern over there this is all that remained prismarine is such a cool word prismarine hm can I crazy or is this a sea lantern ah a very same one the order built all those years ago we were so green back then it looks just as bright as on the day we crafted it a sea lantern huh how often do you ask them yes a sea lantern so these gas tears they are super hard to get you don't know the half of it it was our first official mission as the order of the stone we fought those guests for hours and these tears were our reward wow just gonna borrow this so take soren is this the actual ender dragon egg huh alas yes the only thing that remains of our final adventure together no way i'm leaving this behind aha ah a hopper why is ibor hiding a hopper in his basement looks like a regular hopper that's hooked up to a bunch of fred stone circuitry man ivor sure does love his puzzles hmm five slots ah first adventure gas tears let's try them here soren said the order got these gas tears on their very first mission together mhm prismarine crystals into the order used these crystals to make the sea lantern a sea lantern in you go soren said this lantern was crafted from prismarine crystals fact ice let's put it here soren said they got this ice just before fighting the ender dragon yes you solved it but how in the world did you know what order to put them in there were 120 possible combinations it was all in the order's history it was all in the order's history the order of the order so to speak nice work jesse on the puzzle i mean not the joke you know i often give ivor a hard time but for all his complaining his time with the order clearly meant a great deal to him yeah i guess so anyway let's go get that enchanting book woher weiß sie dass das noch immer dort hinten ist weiß man ja nicht bei den starren der ender dragon mit replica ender krystalln und allem wow ich habe immer gefragt was das aussieht hm keine weg soren what's this thing supposed to be it appears to be an homage to our battle with the ender dragon despite his anger ivor never stopped being fond of us he was a big part of our team after all he knows his days in the order were his finest we're missing something here soren and i have a feeling the key might be locked in that head of yours i have a key locked in my head what i'm saying is what i'm saying is you need to tell me about the ender dragon battle oh ha if only you'd been there it was a fight for the ages we'd spent weeks preparing for our greatest battle ever but even so the ender dragon was stronger than even i had imagined i realized that it was drawing strength from the ender crystals and that the crystals had to be destroyed i hit the first with a perfectly placed arrow the second i destroyed by launching myself on the shockwave of magnus's tnt using only my strength and my vials i steered the foul beast toward the third crystal i flew the dragon directly toward the final crystal i flew the dragon directly toward the final crystal yeah we became heroes and eventually legends the greatest the world has ever known that was absolutely amazing they didn't call us the order of the stone for nothing wonder if that story will help me solve this puzzle so sorn rode the dragon, eh? mmhm i know how exactly how it works this is all so you you you